Wieder einmal Hochwasser in Celle. Nach den starken Niederschlägen der letzten Tage sind die Aller und die Fuße an vielen Stellen über das Ufer getreten. Die an die Flüsse angrenzenden Gebiete stehen großflächig unter Wasser. An vielen Stellen sind die Wege gesperrt. Wie hier in der Biermannstraße wird an vielen Orten das Wasser abgepumpt. Die Wettervorhersagen für die nächsten Tage versprechen keine wirkliche Verbesserung. Die Unwetterwarnung von Sonntag wurde jedoch aufgehoben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.